Oh, hallo! Ihr seid ja nur... Oh, es tut mir leid. Ups, nicht so laut. Soll ich sprechen? Gut, ein bisschen leiser. Also, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute wird es wieder mal spannend bei uns. Ja, denn heute wird nun mal etwas Spannendes passieren. Ich darf es ja noch nicht verraten, sonst könnt ihr euch gleich ausschalten. Also, viel Spaß, ihr schlaft eine Runde weiter. In der Nacht alle schlafen. Marie und Bob und die Teddybill wurden auf dem Boden. Sie schlafen auf dem Boden. Lenny im Bettchen ist noch wach und schläft bald wieder ein. So, komm, mein Junge. Hübsch, sei leise. Komm her. Marie, hörst du das auch? Dieses Pferdegeräusch. Das ist Maria. Wir müssen sofort los. Marie, lass es. Lassen Sie mein Pferd in Ruhe. Lassen Sie sie in Ruhe. Mal. Niemals, du dummes Kind. Marie. Alles okay? So, und schütze schnell weg hier. Komm jetzt, du dummes Pferd. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Okay, ist ja gut. Max, bleib stehen. Max, bleib stehen. Max. Bob, geh hoch und ruf die Polizei. Hallo, hier Bob, weiß am Apparat. Guten Tag, guten Tag. Bei uns, meine Schwester, ihr Pferd wird gestohlen. Kommen Sie schnell. Alles klar, Sie kommen. Stehen bleiben. Bleiben Sie sofort stehen. Max. Maja, ich habe mich so vermisst. Und Sie kommen jetzt sofort mit aufs Polizeirevier. Oh Mann, diese Kinder. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bitte sag nicht unseren Eltern Bescheid. Sie dürfen das nie erfahren. Und wir, ich und Bob machen das einen kleinen heimlichen Ausritt. Also bis dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.